Zu einer weiteren Runde TTT-Kutscher. Ach, die Map. Kennst du die schon? Ihr habt ja voll den Advantage, da hab ich keinen Bock drauf. Man kann nicht in die Häuser reinrufen. Ich moderier noch an. Heute dabei, der Jig und der Malte. Wir dachten uns, dass wir eure ver-fick-scheiß-fressig-moderier immer noch an. Wir haben uns gedacht, vielleicht wäre es ganz lustig, Gastauftritte zu haben. Schreibt uns doch mal, wie ihr das findet. Scheiße, Jays kacke. Wenn er das nicht schreibt, ist kein wahrer Spannung. Bitte ohne Malte. Ich bin Innocent. Was soll das? Ach nein, es sind zwei Trailer. Haben wir jetzt Detective oder nicht? Nö. Ohne Detective. Also ich bin Detective. Kevin, Kürze, Kutscher. Ja, wir sind alle Detectives. Ich bin oben auf dem Dach. Wo hast denn, Johnny? Mit Kutschi? Ich hab die immer noch Kama. Wir haben die Taschenlamper angemacht. F, F, bei Jenny steht... Bei Johnny... Hey Jenny! Nee nee nee, halt stopp, das muss ich sofort unterbinden. Ich brauch mal ne Waffe, Leute. Du dummer Mixer-Kutscher, Alter! Ich bin übrigens gemuted. Oh, was ist ein Mixer? Hey, wer ist das? Woah, 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 what the fuck? Ja, er hat Scheele, ich bin... Alter... Wer hat geschossen? Ich darf den Leuten nicht vertrauen! Ich steck in der scheiß Treppe fest! Halt dein Maul, Kutscher, du bist einfach nur ein Wichser. Malte, hast du deine... Geh weg, geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg! Geh zurück! Wer in die Toilette reingeht, stürmt! Ich hab keine Waffe, wo gibt's Waffen? Er lügt einfach! Geh raus! Junge, ich mach doch... Johnny hat geschossen! Kutscher lügt! Ja, ich hab geschossen, weil er meine Toilette... Ey, Kutscher... Ohne Witz kann man nicht sagen! Ich kann mich einfach abschießen! Du sollst die Toilette! Ich muss am Anfang immer davon ausgehen, dass jeder einfach Traitor ist. Jeder ist Traitor. Wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Jeder fickert einen Traitor, den ich sehe. Davon muss ich ausgehen, Alter. Lass die Tür zu! Waaah, wir werden abgeschossen! Malte schießt, Malte schießt, Malte schießt! Malte schießt! Max verfolgt mich die ganze Zeit. Ich hab Malte getötet, ich hab Malte getötet. Und? Nice! Er ist Traitor! Er war Traitor! Hey, aber warte mal! Ja, ja! Johnny, warte mal! Johnny hat Malte getötet! Der war auf der Toilette und hat ihn getötet! Yo! Johnny? Ja, Johnny war... Aber wer... Er hat mich Kutscher nicht getötet? Ach so! Er hat mich Kutscher nicht getötet! Ich hab grad voll vergessen, oder? Sorry, Johnny! Kutscher kommt mich einfach safe, als wäre das eine Beleidigung! Der hat ihn getötet! Hau! Ey, das ist Johnny! Kannst ruhig! Oh mein Gott! Kann man jemand zu mir kommen? Ganz ruhig! Kann man jemand zu mir kommen? Das Spiel macht mich komplett fertig! Pass auf! Ja, komm zu mir! Nein, warum? Hat mich Jay irgendwie durch... Oh, ich glaub Jay... Guck mal, der, der ist schon hier so... Der versucht da hochzukommen. Jay ist böse. Jay ist schon noch so böse. Der hat mich wahrscheinlich weggesniped einfach nur. Der hat mich einfach nur weggesniped, der kleine Sack! Ja, ich äh... Ja, ich äh... Ich musste ähm... Ich musste noch ähm... Äh... Also wir müssen Kevin töten, hab ich das richtig verstanden! Jay? Pass auf, was du machst! Der Shotgun-Schuss war doch gerade! Wer nimmt noch einmal? Max? Ich bin da! Ich bin auch noch da! Max? Dann hat Kevin Max gekillt! Ich hab dich... Ich glaub, ich glaub... Er hat doch gerade was erzählt! Ne, 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 Kevin nicht! Kevin war's nicht, okay! Kevin war's nicht, okay! Johnny hat mich vorhin angeschossen! Jay ist auf jeden Fall! Jay ist auf jeden Fall! Jay ist auf jeden Fall! Jay und Kucha, glaub ich! Du hast mich doch vorhin, als ich zur Toilette gegangen bin angeschossen! Ah, ja! Ne, ist ja nur noch ein Traitor, ne? Das lügt doch nicht wieder, Johnny! Malte war ja Traitor! Ich glaube nur noch... Also ich glaub... Kevin hat mich geschossen! Ich glaub ich nur noch Jay, glaub ich! Ich glaub Johnny ist es, ohne Witz! Kucha oder Jay! Die wollten mich, glaub ich, beide wegmachen... Ne, Kucha redet schon wieder so viel! Das ist immer pro Kucha! Der redet schon wieder so viel! Und ich hab ihn nicht gekillt! Ja, toll! Das kann ja jeder sagen! Ich hab'n Fenster aufgeschossen! Ich hab'n Fenster aufgeschossen! Das ist Kucha da oben! Vielleicht ist es Kucha! Weißt du noch nicht? Warum nicht? Ich! Ich glaub, es ist Johnny! 100%ig! Du Wichser! Du warst es! Aber wer hat mich denn am Anfang da weggesniped? Alter, meint ihr aber richtig verkackt! Das war ich! Ich geh einfach so nach unten hin! Ich stehe einfach gegenüber von Kucha! Kucha hat ne Scout in der Hand! Auf einmal bin ich tot! Oh, ich hab'n mir so... Kucha, du dummer Wichser! Du standst ja echt und er auf einmal tot! Das war echt komisch! Ich war mir so sicher, dass Kucha der Böse ist! War das dieser... Aber Jay, was hast du denn bitte für ein Laufen? Ja, ja! Und meint, ich hab'n richtig verkackt damit Johnny! Ja, sorry, mate, Alter! Ne, ne, ich hab'n, glaub'n, auch weggeballert! Was ich gelernt hab! Ne, was denn? Hör'n Gang an! Und du bleibst die Ruhe selbst und sagst, Hey, ganz ruhig! Ich weiß auch noch nicht, wie ihr spielt! Jeder hätte mich umgebracht, Alter! Komm, ich will jetzt bitte seit einem Spot, glaub' ich! Ey, gibt's so viele Wandschränke! Ich bin Innocent! Ich bin Innocent! Wer ist das? Geh weg, geh weg! Wer ist das? Jay's bei mir! Ich will nicht wieder gesnipet werden, ich versteck mich jetzt hier irgendwo einfach! Kann man die Tür nicht zumachen? Oh, was ist da? Der Schrank! Hä? Kevin? Was denn? Max, ich hätt' ich's schon wegmachen können! Ich hab'n Fenster aufgeschossen! Was ist das denn hier? Guck mal nicht mal! Ah, Tür geht zu! Der ist immer noch bei mir! Okay, irgendwie sind alle raus! Oh, 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 oh! Ich geh' da nicht weg! Ich bin hier raus! Ich bin hier raus! Ich bin hier raus! Nein! Ich bin hier raus! 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 Ich hab'n Bock wieder als Erster Zweiter zu stehen! Ihr verpisst euch! Geht weg! Dann was machts! Kein Bock auf die Scheiße hier, Alter! Ja, weil du mit weiterge... Ich kackst ist das, Leute! Wer ist das? Geh weg! Alter, hier ist so ne Wand! Alle, leh das mit so offen hier! Ich verpisse mich! Geh'n Bock mehr! Ich verstehe das nicht! Also ich hab'n ehrlich gesagt Kevin... Kutscher ist das, weil er mich so... Fronten will! Nein! Nein, der hätte mich schütteln können. Ich erklär's jetzt. Ich erklär's jetzt. Die waren zu zweitem Zimmer und ich seh'n Feuergefecht, ne? Und dann schieß' ich halt... So leise, so leise! So leise! Warum? Der schießt mich ab in der Snipe! Ah! Der fragt nur die Leiche hier. Ja, ja, ich auch schon. Ja. Geh' mal weg von mir, bitte. Geh' in den anderen Raum. Ist mein Zimmer hier, a la verbiess' dich. Ja, der Chef-PC. Bei mir auch nicht. Scheiße. Warte, wer lebte noch? Max? Ja, ich, äh... Johnny hat... Okay, Max hat Johnny getötetet. Jo, der ist innocent gewesen. Hast du ihn getötet oder was? Alter, Johnny hat gerade gesagt, Sola snipet auf mich und ist tot. Bist du eigentlich komplett behindert? Junge, ich bin hier mit Kevin gerade am reden. Ich war hier von Zimmer zu Zimmer. Okay, dann ist es auf jeden Fall Sola. Ey, der will mir hier, ja. Auf jeden Fall Sola, aber ist noch einer. Warte mal, jetzt leben noch du? Ja und Sola, oder? Ja, ja, ich bin auch da. Okay, dann ist es entweder Jay und Sola... Oh nein, hier schieß' weg! Wer bist du? Wer bist du? Ey, mein Name ist so scheiße, Mann. Mein Name ist so fett, ey. Herr Max, du warst kein... Ja, ich seh halt nicht, wer das ist. Ohne Vince, erst wenn ich drüber happer. Hä, wer hat mich grad angeschaut? Wer hat mich denn angeschlossen halt? Vor allen Dingen ganz am Anfang hab ich einfach auf euch wild rumgeballert und ihr habt's nicht gesehen. Voll das Chaos ausgebrochen, ey. Komplett Anarchie. Alter, ich dachte, Max macht mich da von hinten weg, weil er... Nein, ich war das wirklich nicht. Ja, ich vertraue dir nicht mehr. Johnny, dir vertraue ich nicht mehr, nachdem du mich verraten hast. Ich hab dir nichts getan. Am besten einfach, Max, außer dich zu töten. Sonst hab ich dir nichts getan, Johnny. Ich verstehe nicht, wie du da... Ja, weil... Erstmal fallerst du dich mit Malte ab und dann läufst du da weg und so. Alter, wie oft noch? Du kommst in den Raum, auf einmal wird Malte von irgendwo abgeschossen und... Ja, gut. Ich bin innocent. Ich bin hier, Max. Max, ich bin hier, nicht erschrecken. Ja, ich bin links von dir, Max. Nicht erschrecken. Ich komm jetzt aus der Toilette raus. Geh weg! Wer hat mich der Lensmacht hier gepackt? Alter, ich steck hier fest! Kutscha! Kutscha, ich bin weg, ich bin weg. Ja, ich bin inno. Alle durcheinander reden, ey. Alter, schmeiß deine Waffe weg. Ich bin hinter dir, Kevin, pass auf. Okay. Was war das für ein hohes B-Ding, womit du mich gepötet hast? Alter, ich traine nie wieder jemanden den Rücken zu, Kevin. Den Fehler mach ich nicht nochmal, Kevin. Den Fehler mach ich nicht nochmal. Den Fehler mach ich nicht nochmal, Kevin. Den Fehler mach ich nicht nochmal, Kevin. Hör... Kevin? Alter, ich hab... Oh, ich will hier nicht. Das wird zu offen. Ich will hier weg, ich will hier weg. Wer ist da rumgelaufen? Ah! Oh, wer ist das, wer ist das? Kevin, Kevin! Hör auf mit zu... Und Max ist da auf dem Daumen. Dann bist du wieder verdächtig, Kevin. Du machst dich verdächtig. Alter, warum bist du... Johnny verfolgt mich? Au! Geh weg, du hast ja... Na alles cool. Ich hab aber Schaden bekommen. Könnt ihr mal alle die ganze Zeit aufhören, irgendwelche Namen zu brabbeln, ey? Max! Was schießt? Johnny hat geschossen! Johnny hat geschossen! Johnny hat geschossen! Johnny hat geschossen! WTF? Ich hab Johnny getötet. WTF?! Ich verfiss mich, Jay. Wir sind friedlich, okay? Wir haben uns lieb. Alles cool. Ich geh wieder weg, Jay. Kein Krieg. Kuccia? Ja, ja, ich bin weg. Ich bin weg. Hinter dir! Wer ist da? Wer ist da? Okay, hier ist Kevin. Ist Jay tot? Oh, okay. Nein! Oh, ich bin den Dach runtergefallen. Okay, dann ist Jay Traitor. Nein, ich wollte dich nur ärgern. Ja, nur ärgern, genau. Max? Max oder Jay? Warum bist du so low? Wer hat dich angeschossen? Hä? Johnny! Johnny? Ist Johnny down? Ich bin auf dem Dach gefallen. Wo ist denn Johnny? Putz, er hat den weggemacht. Keine Ahnung, dahinter irgendwo. Ich glaub, du hast eher mit geballert. Ich confirm kurz, ich confirm kurz, okay? Confirm. Geh weg, Malte. Ja. Ey, Malte hat dich weggemacht, Malte hat Sola weggemacht, Malte hat Sola weggemacht. What the fuck? Kutcha? Was? Nein, what the fuck? Ich bin gewandshuttet worden, was? Kutcha ist es, Kutcha ist es, Kutcha ist es, Kutcha ist es, Kutcha ist es. Nein, ich bin Kutcha, du Scheiße. Wer hat ihn umgebracht? Alter, mich hat grad irgendwer abgeschossen. Ich hab keine Granate gehabt. Was? Der war innocent. Ich bin safe, du weißt es. Dann war es zwar Max oder Kutcha, einer von beiden. Ey, komm mal mit Sola, sag mal was. Sola? Okay, Sola, Sola pro Traitor, der hatte grad auf mich geschossen, jetzt sagt er... Hey, Sola ist... Das ist Max! Das war ja richtig schlecht. Ich bin erst nicht. Kutcha ist es, Kutcha ist es. Kutcha ist es, Kutcha ist es. Ich bin auf mich geschossen, Alter. Ich hab's gesehen, wie du auf mich geschossen hast. Ja, weil er auf mich geschossen hat, ihr Mongolen. Wo ist Kutcha? Aber wer hat denn bitte die Granate dann geworfen? Wer lebt noch? Warte mal, wer lebt noch? Wer lebt noch? What the fuck? Ha! Ich hab Malte. Okay, Malte war Traitor. Wie gesagt, ich bin's nicht. Dann ist es Kevin. Mich Malte wirklich betötet, der Wichser. Kutcha ist es, Alter. Vertrauen wir. Kutcha ist es. Oder einer von beiden. Ich glaube... Kutcha! Jawoll. Wer hat mich weggenuked, Mann? Ich war das. Kutcha war der Wichser. Ey! Aber was ist das? War die schon geplantet, oder was? Alter, Johnny hat mich die Haare runtergeschossen. Hast du die quasi in Johnny reingepflanzt, oder was? Nein, ich hab dich mit nem Welle Launcher abgeschossen. Ach so! Es ist übel belastend, wie alle durcheinander reden. Ich bin einfach nur umgekippt. Echt? Ey, aber wie geil, dass keiner mehr was gesagt hat, als ich und Malte Johnny weggemacht haben. Das war lustig, Alter. Keiner von meinen hat die Leiche kontrolliert, und euch ist das scheißegal. Ja, ich wollte sie kontrollieren, aber da hat mich ja... Das Ding ist... Nein, 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 nein. Das Ding ist, Malte stand neben mir. Malte stand neben mir. Ich wollte die Leiche grad untersuchen, hab Malte angeguckt, und hinter mir war Kutcha. Malte hat mir nix gesagt, weil der ja böse war. Und da hat mich halt Kutcha weggefüllt. Schon gemein, ne? Ja, ganz schön gemein. Oh, oh, oh. Innocent. Wer ist das, wer ist das? Ich haue. Ich glaube, das brauchen wir am Anfang nicht mehr zu sagen, das ist auf jeden Fall gut wasted. Max? Max? Ja, ohne Witz, mich nervt nix mehr als, ich bin Winnocent, und bei mir... Ja, bei mir... Also, ich bin Trader. Ich schmeiß die Waffen. Kevin? Ich bin wenigstens ehrlich. Kevin, bleib stehen. Nö, wieso? Bleib mal stehen, Alter. Wieso solltest du stehen bleiben? Ey, man kommt hier halt fast nirgendwo rein, irgendwann, das sagst du dir hin. Du vertraust mir nicht, wieso läufst du mir da hinterher? Ja, vielleicht, weil ich innocent bin. Malte ist verdächtig. Okay, ich bin auch Winnocent. Ja, ich bin wirklich innocent. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Da hinten rechts war gerade irgendjemand, der sich ein bisschen verdächtig versteckt. Da hinten verstehe ich jemanden verdächtig. Ich stehe auch einfach Kevin hinterher. Ich glaube, Kevin kann mich entweder beschützen oder umaringen. Da ist Sola, da ist Sola. Okay, okay. Wenn ich nix mehr sage, dann... Oh, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Der schießt. Max, Max. Max schießt. Max schießt. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der läuft gerade aus dem Haus raus. Der hat Johnny weggemacht. Der ist hier bei mir. Max ist tot. Ja. Ich kontrolliere ihn. Identifizierung. Okay, er war Traitor, ja. Okay, Traitor. Okay, Sola hat ihn weggemacht, oder? Kutscher hat nix gemacht und Sola hat nix gemacht. Malte guckt auf mich zu... Kommt hier irgendwie näher. Ja, der Malte ist so groß. Malte hat sich vorhin ein bisschen verdächtig versteckt, muss ich sagen. Aber das ist noch nicht genug, um mich zu überweisen. Ich weiß meine scheiß Waffen hier hin, ihr Wichser. Ja, dann einen Traitor-Shop und neue kaufen. So kennen wir dich. Hä, blä, 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 blä. Was ist jetzt hier mit Kutscher? Aber guck mal, guck mal. Das ist ganz normal logisch, dass ein Traitor seine Waffen wegwirft. Er versucht abzuwenden. Weil wir keine Angst haben. Das stimmt. Oh, hallo. Kutscher, was war das? Was war das für ein Raketenwerfer? Hä, bist du behindert? Ich hab ne scheiß Dings. Ne PS, wie heißt die? 288? Ne, 228. Aha. Ja, aber ich weiß nicht. Kutscher hat ja laut... Da schießt du mich ab! Oh, warum schießt du mich ab? Weil du Traitor bist, Junge! Bist du behindert? Ne, cheat, cheat! Malte hat mich abgerissen einfach. Nein! Wer war's denn jetzt? Malte hat einfach geschossen auf voller, deswegen. Geh mal identifizieren, irgendwer. Ich trau mich nicht. Ich hab keinen Bock zu sterben. Nö, ich bin schon einmal gestorben. Ihr bin identifiziert, ihr könnt mich mal. Ist doch logisch. Ich stell die Runde ja vorbei. What the fuck? Wer ist das denn jetzt? Kutscher! Kutscher! Hey, und? Nein, ich hab nichts gemacht. Oder? Oder Jay? Ich weiß nicht. Aber er ist ja von irgendwas beschossen worden, oder? Scheiße! Ich glaub, ich hab ihn auch getötet. Also Malte. Ich hab am Ende auch auf ihn geschossen, weil ich dachte, er ist böse. Warum ist denn das jetzt so ruhig? Kutscher! Das macht mir auch ein bisschen Angst. Kutscher! Ich glaube, Kutscher ist es. No joke. Aber das Ding ist... Das Ding ist, am Anfang stand Kutscher hinter... Lol. Oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann raste ich aber. Nein, bitte nicht. Dann brauchen wir ein bisschen Silence. Ist ja eh viel spannender. Ist ja eh viel spannender. Ist ja der falsche TS. Schade. Ich glaube, Kutscher ist es. Wenn wir kurz den Moment der Ruhe ausnutzen können. Oh, ich werd grad... Fuck. Ich werd von irgendwo angeschossen. Ich muss mich irgendwo verstecken, damit ich ins scheiß TS komme. Hahaha! Ich glaub, Kutscher ist es. Kutscher oder Kevin vielleicht auch. Oh, ich muss jetzt schnell ins TS. Schnell! Oh mein Gott. Wer war's denn am Ende? Kutscher. Der benutzt einen Raketenwerfer. Der hat einfach angefangen zu schießen. Ey, warum hast du mich getötet? Ohne Wipps. Ich dachte, ich... Die Runde ist doch schon vorbei, Junge. Ja, aber im Nachhinein... Aber wer ist denn die Seed? Weil ich war's nicht, der die Seed ist. Verliert man nicht? Weiß ich nicht. Ne, du hast noch 995. Dankeschön. Wie kam der eigentlich darauf, dass ich vom TS runter bin? Ich war nicht raus. Ich war runter. Ich war runter. Ach so. Alter, ich wollte schon... Ich hab die ganze Zeit... Ich hab die ganze Zeit TS. Ich bin ein Meter hinter ihm hergerannt. Und wollte aufs Messer wechseln. Hab halt geklickt. Und irgendwie ging's nicht. Und dann hab ich ihn auf einmal abgeschossen. Aber ich dachte, man muss das so machen. Man klickt doch dann, um ne Waffe zu wechseln. Vor allem sowohl dich, als auch meinte Letze. Dann hab ich halt easy gemacht mit 1000 Karma, ey. Alter, ich find auf dieser Seite keine Waffen. Das ist so belastend, ne? Du kannst aber Fastswitch anmachen, Max. Dass du direkt mit der Zahl des Wechsels wechselst. Ja, wie mach ich das? Ach, der Öff. In den Optionen wahrscheinlich. Musst du im Traitor-Menü machen. What the fuck, Alter. Wer ist das da? Wer ist das? Ich brauch ne Waffe, Leute. Äh, bei den Autos draußen. Kevin stand grad auf der Stelle. Was hast du gemacht, Kevin? Der war im Traitor-Shop. Locker. Ja, ich weiß es nicht. Ja, okay. Ich vertrau dir mal. Kann man dir vertrauen, oder bist du ein Arsch? Ich will nicht dir vertrauen. Aber ich weiß nicht, ich will nicht dir vertrauen. Oh, 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 oh. Wer ist das? Wer ist das? Willst du mir nicht vertrauen? Willst du keinem Innocent vertrauen? Ja, ich weiß aber nicht, ob du wir sind. Bis dann vorbei. Ja, aber vielleicht sterbe ich ja auch, weil du ein Traitor bist. Und mich jetzt einfach... Ja, aber ich weiß... Ja. Ja. Ja, weil ich wissen will, was... Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Wer hat geschossen? Malte. Malte. Oh, hier ist wer tot. Hier ist wer tot. Was? Hä? Das hat doch gar keiner geschossen. Was? Wer hatte die Shotgun? Kucha ist tot. Wer hat die Shotgun gehabt? Oh Gott. Kucha ist innocent. Ja, wer hat denn die Shotgun... Ich hab grad Shotgunschuss gehört. Johnny oder Kevin. Pass auf. Ich bin... Nochmal. Ich bin im Haus gewesen. Ich verpiss mich jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf euch, Jungs. Oh Gott. Der ist gesnipert worden. Wer hat die Sniper? Wer hat die Sniper außer ich? Hä? Ja, ich sag doch nicht selber. Ich bin es. Ja doch, wegen dem Mindgames. Ja doch, jetzt ja jetzt schon. Nee, nee. Ich hab ihn währenddessen gesehen. Ich hab den die ganze Zeit vertraut. Oh Gott, Kai. Oh Gott, Kai. Hier ist so ne Wand. Also Kevin hat ne Shotgun. Der war auch die ganze Zeit bei mir. Ja, aber ich bin... Ich schwöre euch, dass ich innocent bin. Okay. Kann man dir vertrauen, ist die Frage so. What? Wer schießt, wer schießt? Ich möchte nur das Fenster aufschießen. Alter. Alter. Nur das Fenster aufschießen. Sola hat ne Shotgun. Sola hat ne Shotgun. Wow, 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 Johnny. Was hab ich? Sola ist da oben, ja. Sola hatte vorhin ne Sniper. Kevin hat auch ne Shotgun. Ja, ganz am Anfang hatte ich ne Sniper, ja klar. Alles klar. Ich fang immer mit Sniper an, my son. Alter. Max, pass auf, ich bin hinter dir. Ja, denn. Ey, was? Johnny schießt auf mich, what the fuck? Johnny, Alter, was soll das? Ich schießt auf Sola. Ja, warum? Bist du dumm? Alter könnt ihr aufhören zu schießen. Ey, hat doch... Johnny, 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 Johnny. Warte, ich kontrollier. Ich mach's die Waffen weg. Ich mach's die Waffen weg. Ey, ich bin mit den Waffen so scheiße. Siehste? Ich bin so schlecht mit den Waffen. Das ist das, was mich tältet in dem Spiel. Mann, ich kann noch so coole Sachen machen. Die Waffen sind einfach komplett scheiße. Mann. Johnny nicht. Ich hab nicht aufgeschossen, aber ich hab zumindest Sola mehr oder weniger erkannt. Was ist denn mit dir? Warum bist du so paranoid? Wenn du Innocent bist, hast du nicht so... Schreib mal in die Kommentare, welche Waffe übel OP ist, mit der ich... Hä? Was? Immer aufs Maul. Keine Ahnung, warum. Ich chill hier oben. Welche Waffe ist denn okay? Wenn ich sterbe, ist Max. Malte. Malte, nein. Ja, hier. Malte, nein. Da sind meine Waffen, ihr Wichsköpfe. Ein Meter weiter. Ja, ja. Komm, hier. Ich hab nix. Hier, da. Ich hab hier ne Smoke Grenade für euch, aber die hat jeder. What? Irgendjemand hat vom Dach auf mich geschossen. Das war ein nice try. Das war Max eigentlich. Was? Max ist auf dem Dach gewesen. Max ist auf dem Dach. Ja, ich bin auf dem Dach. Weiß ich. What? Aber nicht von da oben. Nicht von da oben. Das war auf der anderen Seite von dem Haus. Kevin war unten. Ich war unten. Der Bomben. Der hat noch mal einen Traitor. Sola und Kutcher sind auf jeden Fall tot. Jay, Malte, Johnny, ja. Also, ich geh in den Keller, wenn mir jemand hinterher kommt. Ich bin 100% selten, weil... Wer ist im Haus noch? Ich nicht. Was wirst du denn da mit Sola? Ey! Ah! Malte, schießt auf mich! What the fuck, ey! Hä, ich bin oben. Hör auf zu sagen. Ich kann nicht mal auf dich schießen. Wer ist das? Wer ist das hier? Ich bin runtergesprungen. Wieso sagst du einfach, dass ich auf dich schieße? Bist du blöd? Weil du gerade... Alter, willst du mich verarschen? Hä, ich stand doch oben im Haus! Der hat das einfach sagt! Ich stand... Oh, es ist Max. Ich schwöre euch, dass ich jetzt nicht... Das war so viel schlecht. Lol, Alter. Irgendwer ist gerade gestorben, glaube ich. Kevin? Ey, ey. Woah, 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 Alter! Ich hätte dich machen können. Das hätte ich echt nicht vom Meister erwartet. Ich hätte dich... Wenn ich sterbe, ist es Kevin. Was auf, was auf, was auf! Was auf, was auf! Was auf, was auf! What the fuck! Die schießen wieder auf mich! Ja, weil du da stehst und sagst, dass ich dich angeschossen hab, du Idiot! Der Meister hat schon wieder auf mich geschossen! Ja, natürlich, weil du auf mich geschossen hast! Hey, ich hab doch gar nicht geschossen! Boah, verpiss dich! Verpiss dich, Kevin, wirklich! Geh einfach! Ich geh jetzt einfach zu denen da hinten, Alter! Schmeiß meine Waffen weg und dann... Ne, 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 ne! Wir holen Meister, wenn Meister nicht... What?! Warum holt ihr mich?! Ja, wär ich auch dafür. What the fuck?! Hört doch auf, ihr Spastis! Du hast zwei immer auf mich geschossen, Alter! Hört auf! Ich bin... Innocent! Er hat scheinbar auf mich geschossen! Ja, du kannst nicht lesen! Das ist dein Problem! Zehn Sekunden! Zehn Sekunden! Aber ich schieß alles, was hier hinkommt, einfach ab! Ja, jetzt baller ich auch jedem im Kopf, der hier lang kommt! Max kommt her! Max! Max! Max ist es! Max ist es! Schieß auf Max! Max ist es, ja! Einer hab ich noch! Ja, Max ist... Alter, mal halte schlecht, dass du dich da irgendwo wirst! Genau, Alter! Ja, ich weiß halt nicht, was ich allein gegen fünf machen sollte! Ja, das ist halt echt schwer! So, da muss ich halt irgendwie faken, dass sie sich untereinander machen! Ja, aber war ein nice try! Ja, dass sie sich halt irgendwie untereinander in die Wolle kriegen! Anders geht's halt nicht! Das ist schwer! Und ich hatte halt kein Geld mehr! Ich hatte halt kein Geld mehr! Ja, ich wollte grad sagen, Alter, das war übel einfach... eigentlich übel... übel naiv von dir, so! Ich meine, jeder kann doch am Anfang einen scheiß Sniper nehmen und dann... Ich lauf da oben und krieg direkt am Anfang der Runde einfach einen Header! Direkt tot! Ja, aber du hast ja... du hast ja nicht... du hast ja nicht alle Leute am Anfang gesehen, oder? Wenn man mit Sola als Traitor im Team ist, hat man echt nicht zu lachen, ey! Junge, Alter! Ich hab mehr Damage in der Runde gemacht, als du! Hallo, was soll der Flame jetzt? Oh, bei mir ist Malte! Ich hab ein Fenster aufgeschossen, möchte ich dazu sein! Malte hat nur eine Pistole und steht auf dem Fleck! Malte, warum stehst du auf dem Fleck? Du kommst auf mich zugegeben! Ja, ich musste hier vorbei irgendwie! Nein, ja, genau, ich sag jetzt, dass ich... Jay, 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 Jay! Jay ist bei mir! Kutscher, Vorsicht, ich bin hinter dir! Vorsicht, 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 Kutscher! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir, wollte ich sagen! Oh, Max ist schon wieder paranoid! Kein Bock, dass ich deine Shotgun... Oh! Hallo! Hier ist wieder Jay! Wieso traust du mir nicht mehr? Warte mal! Sola ist hier! Warte mal! Ich geh mal hier weg, das ist mir viel zu... Warte mal, Max! Komm mal her, ich baller dir einfach so... Komm! Was? Hört sich fern auf jeden Fall! Sola ist hier! Hier kommt man nicht hoch? Da hast du ne Wand, da musst du einmal... Okay, Moment! Ach, kann man? Ich hab jetzt mal ne Frage, wer ist Traitor für euch? Ich bin Traitor, Loll! Wer kommt man nicht hoch? Ich bin auch Traitor, Loll! Hä, wie machst du das? Ich bin auch Traitor! Ach, du musst dich ducken! Loll! Ne, da können nur Traitor hoch! Na, da und Kutschie sind wir ja zusammen! Vorsicht, 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 Kevin! Woah! Wer hat das gemacht, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht, wer hat das gemacht, wer hat das gemacht? Was passiert? Max noch? Was passiert? Wer war das? Wer war das? Wer hat das Fenster auf? Nicht erschrecken, Leute! Nicht erschrecken! Nicht erschrecken! Ah! Boah, krass! Kevin hat grad geschossen, oder? Der ist hier unten! Ich hab ihn da hinten gesehen, hab... Ja, jetzt rennt er schnell ins Haus und hat die Waffe gewechselt! Was? Was machst du? Ne, Kevin ist hier! Geht doch bitte weg von mir! Kevin ist im Haus gerannt! Kevin ist im Haus, ja! Ja, und? Ja, siehste! Hey, Johnny! Ich glaube, Kevin hat grad geschossen! Johnny, ich könnte dich töten, aber ich mach... What the fuck?! Wer schießt da? Das ist das Sola! Sola ist das Sola! Sola! Safes Sola! Deswegen redet er auch nichts! Safes Sola! Da hat irgendwer den weggemacht! Der der in der Garage ist, hat die weggemacht! Max links! Der Typ der in der Garage ist, der ist auch gern in den Abgrund gegangen! Der hat grad die Leiche da weggemacht! Wie die Leiche weggemacht? Er hat die getötet! Johnny, was hast du bisher so gemacht?! Ich?! Sola hab ich gesehen, wer den eingetötet hat und den den auch noch.. Das ist einfach ne dreiste Lüge! Sola ist es, glaube ich, 100% Ich werde jedes Mal beschuldigt, man Ja, aber du sagst doch einfach nichts dagegen Ja, es bringt doch eh nichts, ich habe vorhin gesagt Nein, 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 wurde ich auch erschossen, so, keine Ahnung Bildet euch eure eigene Meinung Von mir aus knallt mich ab, mir egal inzwischen Ich werde eh jedes Mal gekillt, egal ob ich schuldig bin oder nicht Jetzt hör doch auf zu weinen, Mensch Ja, dann Eimer Was, Mann Ich war live dabei Ja, das wäre nicht die erste Lüge, die du raushaust Ja, dann musst du ihn halt killen, aber wenn ich ihn kille, meine ich... Ja, das ist deine Verantwortung, das ist deine Verantwortung Ja, und die trage ich gerne Mit Handküssen Ja, ja, das... Du hast einfach mit allen Mitteln versucht abzuwenden Ja, ja Ja, nö, ich will gerne sterben, klar Jo, mach Träckiger Lügner, ja Ja, vor allem schlichter Lügner Okay, ich bleibe bei Johnny Ich lebe Und Johnny Ja, ich bin... Wer ist das? Johnny, Johnny, Johnny Geh weg, geh weg, ich habe über Angst vor dir Auf dem Dach ist irgendwer Hinter mir stand Kevin Könnt ihr mich... Ich bin hier auf dem Geraden Ja, du wärst schon tot, hätte ich... Ey, ich glaube irgendwie... Ja, aber kann sein, dass du gerade... Johnny, geh mal weg von mir Johnny, geh mal weg von mir Ich war zuerst in dem Raum Also Johnny hätte halt die Leute hier auch erschießen können Lebt Sola jetzt noch? Lebt Sola jetzt noch? Alter, geh doch mal weg! Alter, was denn? Ich will alleine sein, lass mich in den Husten Mauer, ich stacke Max ist auch hier Ja, dann töt ihn doch Ich hab das sogar noch... Ja, ohne Witz gehen halt töten Ich bin dabei Der ist ja auch einer von den Traitor schon dead Ja, der ist 100 pro im Keller Beide sind confirmed Was ist das hier, Jay? Das heißt, es leben noch zwei Traitor Das ist nicht gut Ich glaube, es sind Kevin und Sola Ich glaube... Weil Johnny... Weil Johnny bin ich mir sicher, dass er es nicht ist Wieso? Aber Johnny hätte die beiden auch wecknallen können Ja, aber Johnny hat doch Sola so hart verdächtig Und ich bin mir von Sola ziemlich sicher, dass er es ist Ja gut, das stimmt Kevin ist es, Kevin ist es! Ja, es ist, ich wusste es Oh, Jungs, das könnte er nicht machen Kevin, komm ran! Der Max war richtig, ey, holy shit Ja Warte, ich komm zu dir Der ist bei mir, der ist bei mir Jetzt kriegt er richtig auf den Sack Ist er unten? Ja, ja, der ist direkt am Hof Im Hof oder unten? Ähm, ich weiß nicht, wie ich es dir beschreiben soll Der ist ja auf jeden Fall hier bei mir Draußen Das war ja richtig schlecht, Jungs Ja, ich wusste nicht wie... Ich hab die noch nie gehabt Lass ihn da, ich hol mir den Sniper kurz Ja, ich hab Low-HP leider Ich kann ihn nämlich nicht zeigen Das bin ich ripp Einfach guck, wenn er irgendwie rausläuft Warte, ich muss mir einen Sniper Ja, ich hab ihn im Auge, ja Wenn er wegläuft, dann seh ich ihn Ah, warte, fuck mal live Hier ist irgendwo einer Ist er noch da hinten? Ja Oh Aber du hast ja einen Sniper, lol Wieso geht's hier nicht? Der ist ja gar nicht mehr Ja, er ist ja gerade weg Ich hab gerade einmal weggeguckt Oh, Mann, 20 Sekunden, mein Junge Kauf dir Radar Achso, ja Oh mein Gott, ich hab's gar nicht benutzt Wo ist er? Ich weiß nicht Äh, ist unten, unten, unten 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 Mein Radar ist nicht angelogen Ich geh vor, ich hab eh Low-HP Ist er aber noch unten? Nö, hä? Das Radar lügt uns an Geil, Max, geil Yes No, wo warst du? Das Radar updated noch alle paar Sekunden Achso Kann es sein, dass das Radar gar nicht upgradet? Updated? Alle 30 steht unten Ach, 30 Sekunden Hallo Du hast den Augen verloren hast Viel zu spät, ey Ja, ich konnte mich halt nicht zeigen Ich hatte übel Low-HP Und seit er mich gezettet Ich wusste es, Kevin Und ich wusste nicht, dass ich das scheiß Radar hab Bei mir hat das Radar ihnen angezeigt Und ich dachte Ja, das Radar zeigt an Dann ist er bestimmt noch da Aber Anlaggegen Ich bin halt schnell hochgesprintet In den höchsten Stock Ich wusste gar nicht, dass ich die scheiße Ich hab immer genau das Gegenteil gemacht Er ist draußen Er ist unten Er ist unten Er ist unten Ja Bis zum nächsten Mal Tschüssi